Wenn ich mich verliebe oder wenn ich das Gefühl habe, verliebt zu sein, dann ist erst mal so das Allerwichtigste, dass ich so ein Gefühl habe, dass was fließt zwischen mir und der Anderen. Das so, als wenn das so ganz bildhaft wäre, ganz körperlich so ein Strom von von mir zu ihr fließt und zurückfließt. Und das spüre ich. Und es ist so ein Gefühl von, naja, fast wie Eins werden. Und wenn ich liebe, dann ist das im Grunde nicht viel anders. Nur, dass es dauert und anhält. Während verliebt sein ist ein sehr kurzer Moment. Der kann ganz schnell kommen. Den kann ich mit, eigentlich relativ häufig mit vielen Frauen teilen. Und das kann genauso schnell vergehen, wie es gekommen ist. Während Liebe ist dann schon ganz was anderes. Zum einen spüre ich das, dass es anhält. Aber es hat auch was mit einer Entscheidung zu tun, dass ich das will und das zulässe. Ich denke dann so manchmal, eigentlich müsste man ja ganz autonom sein und so diese Selbstständigkeit im Leben behaupten. Aber in Wirklichkeit ist das für mich nicht wichtig. Für mich ist es viel wichtiger, zusammen zu sein und Einheit zu fühlen. Ich bin ich, bin fertig. Und ich bin nicht irgendwie so, wie ich mir vorstelle, dass eine normale Frau sei, wäre, weil die sehen halt schon anders aus als ich. Aber ich habe das Gefühl, ich bin eben ich. Und das mute ich der Welt zu. Und mir. Und ich bin ja auch glücklich damit. So abgesehen von irgendwelchen bösartigen Reaktionen auf der Straße. Aber ich will auch gar nicht anders sein. Also das merke ich immer wieder. Wenn ich so vorstelle, hättest du die Wahl, so eine Cis-Frau zu sein, habe ich immer so viel, nee, willst du gar nicht. Du willst du sein. Genau so. So mit dem Ganzen, was da dazugehört. All das, womit ich mich bisher wirklich innerlich beschäftigt habe und befasst habe, hat keine Bedeutung mehr letztlich. Beruf ist mir egal geworden. Das mache ich noch viereinhalb Jahre, da gehe ich in Rente. Ich habe so noch relativ lange bestimmte Sachen betrieben, leidenschaftlich wie Fahrradfahren, Rennradfahren oder Tanzen gehen. Das sind Dinge, die, also das Rennradfahren sowieso hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Und ich habe mein Rennrad auch, weil es schön ist und ich damit schön vielleicht in die Innenstadt fahren kann, aber nicht mehr, um mich zu quälen wie früher. Das ist Männerscheiß in meinem Verständnis. Ich kam erst ganz spät in der Pubertät überhaupt rein, so mit 16, 17 oder so. Und sah ganz lange aus wie ein klein Bubi und kriegte überhaupt keinen Zugang in diese Welt der jugendlichen Heranwachsenden. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit immer das Gefühl, mein Penis und mein Pimmel, der ist so winzig klein, dass alle Leute sich totlachen müssten über den, wie ich war. Es war so ein Gefühl von, eigentlich bist du überhaupt kein richtiger Mann. Obwohl also die Funktionen funktionierten. Also ich habe mich immer ein bisschen gewundert, dass es irgendwie funktionierte, obwohl ich so von meinem Selbstbild her da nicht so richtig hinterstand und drin stand. Jetzt ist klar, aber andererseits trage ich noch jede Menge von dem anderen Geschlecht in mir mit, das Geschlecht der Männer, des Mannes. Und jeder Idiot aus der Straße sieht das, wo ich herkomme und wie ich versucht habe zu leben oder wie ich geboren bin und wie ich aufgewachsen bin und welche Hygiene ich in mir habe. Insofern trage ich dieses andere Geschlecht immer mit mir herum und jeden Moment, wo ich merke, dass es weniger wird und wo ich merke, ich verliere irgendwas davon, was ich mit diesem anderen Geschlecht verbinde, bin ich glücklich. Und ich habe so ein Gefühl von Befreiung, wenn ich so merke, dass Muskeln verschwinden, dass bestimmte Verhaltensweisen verschwinden. Abgesehen von meiner Transition hatte ich eigentlich nie wirklich einen Plan für das Leben. Also wie ich meinen Beruf bekommen habe, das war reiner Zufall und was ich sonst so getan habe und jenes war oft mehr zufällig. Insofern ist für mich Transition in meinem Fall wirklich so der Wechsel von diesem irgendwie gelebten anderen und falschen Geschlecht in das richtige Geschlecht. Und was jetzt kommt, schaue ich, wird sich schon finden, was mein Leben ausmachen wird. Zufall. Zufall Dann Zufall Dann Zufall Ich puedo Mir